Gebäude besser verstehen. Das von LUMOVIEW entwickelte Messsystem basiert auf innovativer Technologie aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das System ist sehr einfach zu bedienen und erzeugt aus der Kombination von optischen und Infrarotbildaufnahmen sowie Laserdistanzmessungen ein präzises digitales 3D-Abbild von Innenräumen, um die Wärmedurchlässigkeit der Gebäudewände zu ermitteln. Die automatisierte und extrem schnelle Messtechnik stellt die Daten binnen Sekunden zur Verfügung. So erhalten Kunden, zum Beispiel Gebäudebesitzer, Verwalter oder Architekten, die Analysen direkt anstatt Stunden auf ein Ergebnis zu warten. Unsere Geschäftsidee wird sich durchsetzen, weil sie gegenüber herkömmlichen Methoden schneller, einfacher und günstiger ist. In fünf Jahren ist das Ziel, dass man dieses Messgerät und unsere Dienstleistung weltweit einkaufen kann. Untertitelung des ZDF, 2020